So, neben mir jetzt der langjährige Tagesschausprecher Wilhelm Wieben. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen heute? Wunderbar, mir geht es sehr gut. Ich bin auch gerne in Berlin. Wo wohnen Sie denn sonst? Wohnen Sie gar nicht in Berlin? Nein, ich wohne in Hamburg. Ah, auf wen freuen Sie sich denn ganz besonders heute Abend? Lass mich überraschen. Ich weiß nicht, auf wen ich mich freuen kann. Ich freue mich möglich, aber ganz bestimmt freue ich mich auf Frau Springer. Ja, warum? Na, weil Sie gut befreundet sind. Ist es für Sie denn so eine Art Familientreffen auch? Also Sie haben in Ihrer Karriere bestimmt ganz viele Menschen auch schon kennengelernt, die man heute Abend hier wahrscheinlich auch wieder treffen wird. Geht man dann so auf der Aftershow-Party und auch mal ein Glas Wein trinken? Natürlich, ja. Und das kann so eine Art Familientreffen werden. Ich meine, Familie ist ein wenig zu nah, aber man kennt sich und man freut sich. Ich habe gestern schon Gottschalk getroffen beim Essen. Das war eine sehr freundliche und sehr herzliche Begegnung und ein herzliches Wiedersehen. Wiedersehen. Und das kann ja sich wiederholen mit anderen heute Abend. War Herr Gottschalk denn aufgeregt wegen heute? Er moderiert ja heute hier die Show. Das werde ich Ihnen nicht fragen. Aber er ist im besten Sinne routiniert. Also das ist sehr positiv gemeint. Er wird schon uns gut unterhalten. Super. Dann wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten und vielleicht sehen wir uns später nochmal. Vielen Dank. Danke schön. Schönen Abend für Sie. Danke. Danke.